Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Hells by Daylight. Wir versuchen wieder zu überleben. In der letzten Solo-Runde hat es nicht so gut geklappt. Also der Typ konnte sein Hilli-Billy, Hilli-Billy, Hilli-Billy richtig gut spielen. Also das ist... Ja. Oder wir hatten einfach nur enorm Pech. Ja, erst recht, dass mit dieser bescheuerten Wand ich, ne, ey. Boah. Bin ich auch echt ausgerastet. Oh, gar nichts. Keine Opfergaben. Nichts. Oh fuck, die rennen schon. Also hier ist der Ausgang. Hier ist nur der Keller. Hier ist nur der Keller. Da vorne ist er. Hinter dem einen Steinfeld. Wow. Das war gerade richtig. Das war gerade richtig. Ja, ist wohl auch ein Camper, sonst würde der versuchen, sich nicht runterzuholen. Schön! 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 Ach, der hängt da drin. Das ist jetzt unser... Alter! Boah, fick dich doch! Hi, Killer! Tschüss, Killer! Kann man hier auch treppen? Kann man hier sein, Alter? ja ja Oh, direkt da vorne, wo der Gardnerad ist, wo ich gerade hinlaufen wollte. Okay, ich nehme die andere Richtung. Da hinten war, glaube ich, auch noch einer. Wo ist denn der Birney Boy? Also manchmal frage ich mich, was die Leute hier alle machen. Ja, da vorne ist der Birney Boy. Hab ich schon mal gesagt, dass ich Hakencamper liefe? Ja, Mädel, was anderes bleibt, was nicht übrig, als weiterzumachen. Alter, ab zum nächsten. Ich hab den wahrscheinlich eher auf der Fersen jetzt. Hallo, okay. Gibt es hier noch irgend... Ach, da gab's ein. Hier ist ein Birney Boy. Direkt vor der Rüssel gab es ein Tür. Alter, du scheiß Arsch! Lass mich doch... ...in Ruhe! Fick dich doch, du hohen Sohn! Fick dich doch! Hallo, die Ecke ist voll gut, ja? Wenn man keine Geräusche von sich gibt, dann ist die richtig geil. Na, 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 na. Ja, Mädel, jetzt muss was Beste draus. da geht es zum nächsten Generator und schweißen an sie nicht helfen er kämpft darum die sich Kinder hast du ganz ehrlich das ist sowas von dem Leben warum spielst du nicht Bärenfallen Hugo ja weißt du doch dann da hast du wenigstens die Chance ah ok jetzt ist da wieder jemand in die Bärenfalle geholfen das heißt dieser Killer kann an sich eigentlich gar nicht spielen wenn er nicht kämpfen also kämpfen würde Mädel du hättest schon längst ernsthaft da unten war einer die ist jetzt auch dran die hätte in der Zeit die Hedge suchen können die hätte in der Zeit keine Ahnung das war doch abzusehen oder dass ich sterben würde oder das ist irgendwie ein Trauerspiel diese oh da wohin ist die da ist die Hedge los fucking bullshit los das hier Hedge los mach M1 hinter oh scheiße sorry Leute hinter dir die M1 los 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 M1 fuck ernsthaft oh fuck ja was oh Scheiße oh mein Gott wow Känsehaut scheiße heftig gut gemacht Mädel gut oder boy oder whatever wow gut wir sehen uns in der nächsten Folge 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 we sehen uns in der nächsten Folge